So, bevor das Kommentar jetzt beginnt, wo wir schon gesagt haben, dass das Video ein wenig verstörend ist, von daher, Anschauen auf eigene Gefahr, gönnt euch. Ajo, ihr Paradoxon, hey, willkommen zu einem neuen Video auf We Are Paradise. Ja, ich bin's, der UsiMosi, und im Hintergrund laufen zwei De-Automizer-Streaks, von IW natürlich. Gameplayerspieler, ne, auschecken ist in der Beschreibung, jo. So, heute kommt eine Real-Life-Story, ja, ist ziemlich witzig, das war vor ein paar Jahren, weiß ich noch, also da hab ich Praktikum gemacht, so. Praktikum, und das Praktikum ging ein halbes Jahr, und jeden Mittwoch, jeden Mittwoch ging es sich halt zum Praktikum, äh, das hat alles so gebockt und so, es war auch in so einem Lager, so ein Klamottenlager war da, chillige Arbeiter und alles, jo, und auf einmal, ja, auf einmal bei einem Tag, war das nach der Pause, weiß ich noch, und der Tag, der war auch nochmal langweilig, weil dort ist einfach nichts zu tun, das war so ein, so ein richtiger, Gammler-Tag, könnte es eigentlich zu Hause bleiben, oder so, einfach nichts los, aber es halt nach der Pause, und dann denke ich mir, so, jo, gehst du auf die Toilette, weil ich kacken musste, ja, kacken, und so, ich hab dann halt pisst, und so, ne, halt ins Pissoir, und ich hab nicht nur gepisst, ja, ich hab sogar noch gekackt, ich hab einfach in der scheiß Pissoir gekackt, ja, ich weiß es, ne, alter, ich hab einfach ins Pissoir gekackt, das glaubt man, ne, das glaubt man nicht, einfach, Hose runter, Digga, und abgeseilt natürlich, ne, meine Ohren, alter, die waren, alter, ich hab mich nur auf Flur konzentriert, ob da ein Typ kommt, weil, stell mal vor, du kackst ins Pissoir rein, und dann kommt ein fucking Typ rein, und er guckt sich dann so an, weißt du, und dann so, das ist so, richtig so, von der Schule, alter, ne, so, richtig, aber, das hat nicht passiert, und dann war da einfach ein fucking, da war einfach ein fucking Kackhoff, und der Kackhoff war grad nicht klein, ja, den hab ich mir jetzt schon angeguckt, nein, halt für so eine Sekunde, ne, ey, da hab ich so, ohne Witz, dann bin ich wieder ans Lager gegangen, was ist, da geht so ein alter Mitarbeiter, der war schon locker 50, oder so 55, war da, und geht einfach auf die Toilette, und ich so, im Kopf, und Oskar, was hast du da gemacht, hab ich mich ins Lager ganz in die Ecke verschanzt, ganz hinten rechts in die Ecke, irgendwo, dass ich, dass ich mich da auslachen konnte, und so, weil das Lager war grad nicht klein, und so hab ich mich, ey, da hab ich so gelacht, ne, und dann kommt der Typ so raus, und ich, ey, ey, ich hab nur gelacht, ey, und dann bin ich halt durch die Küche gegangen, weil im Lager war das, hat's nur noch ne Küche, und dann bin ich in die Küche gegangen, und bin ich schnell rausgegangen, Digga, nee, der ist mal rausgegangen, Digga, ich hab mich immer so totgelacht, der Typ, der kommt so raus, ich hab mir doch das kleine Fahrrad geschnappt, es gab so ein Mini-Fahrrad da, so ein kleines Fahrrad, da hab ich immer mir das Essen gegönnt, Alter, vom Döner, Mann, bester Döner da für 3 Euro, aber der Typ, der hat, ey, ohne Witz, der kommt raus, äh, was habt ihr, was hast, wer hat das gemacht, und so, ich will's jetzt wissen, äh, wir hatten ihr geschissen, und alles, ey, hör auf, er hat sich so angehört, wie so ein Alkoholiker, wie so ein Alki, müsst ihr euch das vorstellen, Alter, so ein Alki kommt aus der Toilette raus, und dann schreit er rum, hier, äh, wir hatten da reingeschissen, und so, aber weiß nur, auf die Idee zu kommen, ins Pessoa zu kacken, Alter, ist, nee, aber es war halt, es war halt langweilig, ne, und das hat mir einfach, ja, da war halt ein bisschen los, ne, in der Firma halt im Lager, und so, aber, noch niemand weiß es, wer das gemacht hat, das werden die auch nicht wissen, und, ey, das wird den, glaube ich, nicht mehr jucken, Alter, ich könnte jetzt eigentlich da hingehen, und sagen, jo, ich hab da ins Pessoa reingeschissen, wenn ihr's noch wisst, wenn ich wissen, was dann wäre, nur beiseite, hoffentlich hat euch die kleine Weelife-Story gefallen, wenn ja, lasst ein Like da, ein Kommi und ein Abo, schaut noch bei den Gameplayerspieler vorbei, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, oder whatever, wenn ihr das guckt, Alter, jo, haut rein.